Die Decke. Wahnsinn. Krass. Hier habe ich so ein bisschen an Silent Hill. Oder Destiny so ein bisschen. Dieses Feeling. Sieht auch cool aus hier. Krass. 4. September 1969. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place. Wir befinden uns gerade an einem alten Rüttergut, was von 16. oder 15. Jahrhundert sogar gebaut wurde. Also schon sehr alt. Grüße gehen raus auf jeden Fall im Lost Place Tapes. Das werde ich hier oben auf jeden Fall verlinken. War ja immer doch hammer. Cooler Lost Place. Hätte ich nicht gedacht. Also guck mal bei Ihnen vorbei. Lass bei Ihnen ein Like da oder ein Abo. Da wird sich auf jeden Fall freuen. Wir schauen uns das erstmal hier an. Vielleicht gibt es wieder interessantes Bildmaterial. Wie Videomaterial. Kommt einfach mit und bis gleich. Eingang haben wir auch schon mal. So. Wir sind durchgekommen. Das kleine Fenster hier vorne. Und ich sagte. Ja. Digger darf da mal nicht sein. Da haben wir das Thema wieder. Ja. Hier haben wir so was das hier. So. So komm. Elektronische Betriebsraum. Das ist das nur für unterwesendes Personal. Okay. Boah. Der erste Raum schon. Alter. Ich treppe mal deine schon. Boah. Alter. Die Dicke. Wahnsinn. 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 Faszinierend ja. Das sieht auch geil aus. Ist hier irgendwas? Das sieht auch geil aus. Das sieht auch geil aus. Boah. 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 Hansel ja. Muss doch passen wie in die Fenster. Ja. Ist ja schön. Hier noch eine Gardine. Boah. Die Dicke. Boah. So was ist geil. Ja. Ja. Schuldig darum. Genau. Hier brauchen wir nicht reingehen. Boah. Überall diese Schölleiten decken. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das sieht auch geil aus. Und das Stuhl noch, Heidebär. Das ist ja ein Bild. Wo kriegen wir so einen Stuhl her? Hört ein Blümmer. Jetzt kommt mal die Sonne raus, so ein bisschen. Wow. Das ist auf jeden Fall schön groß. Sehr, sehr, sehr groß. Gucken die? Gucken die Nachbarn? Nee, nee. Ach so, okay. Ich dachte, da kommt jetzt schon jemand. Stinkt sie, wird es muffig. Ist schon mehr als tot, oder? Ja, genau. Ja, das ist noch mal die 60. Zeit, oder? Ja. Das ist jetzt der letzte Mal. Genau, 7. Oktober. Ja, das ist ein Sportlerabzeuge. Ich habe ein bisschen schon gebraucht. Hm? Das ist ein Sportlerabzeuge. Ich stehe da mal drauf, wie alt die ist, oder? Ja, Magen. Unterlager. Kann ich auch ausschneiden, das ist gut. 14 September 1969. Ja, das ist besser. Krieg ich nicht auch, doch. Wahnsinn. 1969. Boah. Heftig. Machst du eine gute Halt, die Zeitung, ja? Dass du so alt bist. Mal sehen. Ich habe schon wieder ein S, den neuen Film, der auskommt, hier mit dem Killer-Clown. Das schläft ja bestimmt. S. Der Clown. Meinst du nicht? Hm. Belegschaftsraum. F.C.J. Auftrag. Parteitag. Der, keine Ahnung, sehe ich nicht. Ist ja krass. F.C.J. Uns alt. Ist ja heftig. Wir hatten uns gerade überlegt, überhaupt in den Keller reinzugehen, aber ich denke, wo mich reingegangen bin, hätten wir es ein bisschen bereut. Ist ja krass. Okay, was das jetzt genau ist. Neuerkarte oder Kochplatte, weiß ich nicht. Aber ihr könnt mich mal gerne aufklären, wenn ihr wisst, was es ist. Boah. Ist ja krass. Hier habe ich so ein bisschen an Saint-Til. Oder Destiny so ein bisschen. So, dieses Feeling. Ich bin ganz hinten. Das sieht geil aus. Ist das nicht geil? Wahnsinn, oder? Ja? Ich sag gerade, wir wollten hier nicht reingehen, ja? Ist ja heftig. Boah. Oh, hier liegt noch auch. Boah, hier geht es ja... Alter, wie groß ist denn der Keller? Alter. Belegschaftszaum. Achso. Ah, gut. Hier liegt noch ein alter Matratze. Von damals. Hinten ist ein Regal vor. Ich muss mal gucken, ob man da vorbeikommt. Kommt man da vorbei? Ich will schon mal weiter. Hier geht eine... Ach nee, keine Ahnung. Oh, mein... Was? Meine Tat? Für die Stärkung und dem Schutz unserer sozialistischen... weiß nicht, der DDR mehr. Hä? Boah, hier sind ein Haufen Schäufer. Aus dem Weg des Sozialismus. Ist ja krass. Boah. FDJ. Auf dem Weg. Ist ja krass. Was man hier so findet, ja? Ja. Was ist das hier? Hauptschalter. Auf dem Staunen. Guck mal hier. Das sieht aus dem Weg. Krass. Warum ist mein Keller nicht so groß zu Hause? Was ist hier noch hin? Hier nichts weiter nicht. Ne, hier ist nichts weiter hin. Was ist hier schön? Ich höre wo das auch nicht. Hm? Ja, ich höre wo nicht so nichts. Oh, okay, naja mehr ist hier auch nicht, ne? Auch schon mal irgendwie ein Duschen oder Ballezimmer oder so, keine Ahnung. Gesamtsparung. Interessant, hier geht's, ey guck mal. Alter. Geht's noch runter? Ja. Ja. Guck mal. Dass die tief hier unten schon sind. Ob man so einen tiefen Kenner ist. Das ist ja echt. Was ist denn das? Hm? Da geht's ja weiter, ja. Ach, hier geht's lang. Wie groß, ja? Ja, das ist schon. Hier geht's aber wieder nach oben. Ja, und hier geht's auch noch lang. Guck. Alter. Was ist denn das? Das hab ich noch nie gesehen. So viele Weinflüschen. Schau mal. Warum? Das ist ja krass. Na ja, warum nicht, ja? Geile Sekte, die ja. Und die Melcholiker. Wir können hier mal aufschauen. Ja. Ja, genau. Doch, oder? Ach ja, Auftrag der FDJ, das war doch. Ja, genau. Das könnte sein, ja. Und dann kommen wir hier durch den Keller. Und dann brauchen wir noch mal durch den Keller durchgehen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr interessant. Gerade der Keller. Der ist wie groß. Ich verstehe auch nicht, warum man unter dem Keller nochmal einen Keller baut. Es ist so tief. Aber wer weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst vielleicht ein Abo da, wenn das zum ersten Mal sieht. Ich würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. .... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020